hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal und zwar unschwer zu erkennen schon im thumbnail verraten es geht mal um ein rollei stativ und zwar eigentlich um mein erstes und es war dem preis geschuldet und zwar geht es hier um das star 1 ja wen das ganze stück kunststoff hier interessiert der sollte einfach mal dranbleiben weiter geht es nach meinem intro damit stativen ist es ja so eine sache da guckt man immer so ein bisschen auf preis und leistung aber manchmal hat man auch hier so ein schnapper den man machen kann zum beispiel hier auch mein manfrotto das ist so ein kleines tischstativ ja da sind die bewertungen auf amazon auch nicht so gut es würde nicht so gut halten aber es kommt halt immer darauf an was man auch mit diesen stativen anstellt zum beispiel ist das hier richtig gut für mein kleines osmo pocket da hatte ich mir mal hier bei ebay so eine kleine halterung bestellt ja da hat mir das wunderbar und einfach auf dem tisch positioniert und kann auch mal irgendwas ein bisschen näher fokussieren also das ist dann schon eine feine sache ich wollte eigentlich ein stativ zusätzlich damit ich meine rgb leuchte von von gvm hier dran schließen kann ich hatte ja schon oder ich habe ja schon ein ringlicht von gvm und war hier auch von dieser rgb leuchte die hängt jetzt hier vorne am stativ die leuchtet mich aus war ich ja schon begeistert und da habe ich einfach ein leichtes stativ gesucht und habe dann bei amazon dieses hier gefunden das rollei das war im angebot für ja 14 euro und ja glück macht erfinderisch nein not macht erfinderisch ich hatte noch in fünf euro amazon gutschein aber auch nur auf verkauf und versand durch amazon ja und als ich dann auf bestellen geklickt hat hat mich das ich glaube sieben euro nur noch gekostet also es war da noch irgendein rabatt im endeffekt ich habe es für sieben euro bekommen und ja was soll ich sagen ein stativ für sieben euro dann auch noch von rollei das ist natürlich schon eine hausnummer jetzt kurz und bündig was ist alles dabei das stativ an sich und wo ist sie denn so eine kleine schnell wechselplatte die ist hier wirklich winzig da hat man angst dass mir irgendwas abbricht und so eine tasche ich bin ja ein taschenliebling besonders wenn hier noch so schön was drauf gedruckt drauf steht also da hat man ordentliches packmaß und jetzt gehe ich mal auf die spezifikationen ein und zwar erreicht man mit diesem stativ eine maximale höhe von 125 zentimeter ist recht ordentlich eine minimale höhe von 38,5 zentimeter das dürfte auch so in etwa das packmaß sein das ist nämlich 38 zentimeter weil man dann logischerweise einfach hier das noch nach unten drückt dann ein gewicht inklusive stativ kopf und logischerweise dieser schnell wechselplatte sind 570 gramm und die maximale belastung durch kamera licht etc mikrofon liegt hier bei zwei kilo ich habe hier auch 24 monate garantie und bin hier auch dann an die sache ganz locker dran gegangen wir gucken jetzt mal wie sich das schlägt das heißt man kann das hier einfach in diese tasche rein machen und dann hat man so eine korbel so ein zipper hier machen wir das mal sagt hier kann man das zuziehen also das ist jetzt das packmaß ja und wenn ich jetzt mal eine kamera daneben halte das ist jetzt hier meine nikon 5100 also hier man sieht hier schon so rum geht es besser ja das ist also nix also das sind praktisch zwei nikon hintereinander ich habe jetzt hier ein standard objektiv so ein 55er das ist wirklich ein kleines paket was mir besonders gut gefallen hat war auch die tatsache dass man hier eine schnell wechselplatte dran hat wenn das auch jetzt nicht gerade die größte ist und hier auch immer mal wieder ja so ein bisschen zwicken und zwacken am start ist hat man einfach hier unheimlich schnell seine sachen drauf gesetzt wenn ich jetzt zum beispiel auch hier für ein smartphone da habe ich hier von mengis noch meinen halter kann ich also nur erwähnen der ist auch bei amazon förmlich zerrissen worden bei mir hält er immer noch auch hier ja dieses gezier dann ist das natürlich hier unten eine kleine fummelei da geht man am besten mit einem euro oder mit einem tool rein weil ja da passen zwei finger wirklich nicht rein aber es ist halt winzig dann habe ich hier diesen ganz normalen schwenk kopf wo ich hier fest drehen kann und das ganze dann fixieren ansonsten habe ich hier nur noch diese seitliche schraube da kann ich einfach in einer stufe das hier ausfahren mehr gibt es auch gar nicht ja und was habe ich noch diese einzelnen beine klapp auf rausgezogen klapp rausgesogen und das war's dann ja das ist praktisch hier ein bein geht genauso schnell wieder rein von rolli ist man gewohnt dass die verschlüsse ordentlich sind die sind aber jetzt auch nicht gerade mega hochwertig wenn ich sie mit meinem amazon basic stativ vergleich gibt es da keine großen unterschiede wobei ich sagen muss dass amazon basic ist natürlich größer und wirkt auch hier von der verarbeitung ein wenig instabiler als das deswegen bin ich hier wirklich begeistert gucken wir jetzt mal smartphone hier rein geklemmt und dann geht man hier mit dieser schnell wechselplatte seitlich rein ich zeige es jetzt mal von der seite damit man es auch sieht hat hier praktisch einfach so ein hebel den muss man festhalten dann schiebt man das rein legt das an verriegelt das und dann hat man hier sein smartphone drin und kann dann hier agieren wie man möchte jetzt habe ich gemerkt ich habe oben die ein und auswippe von meinem smartphone dauerhaft gedrückt und jetzt hat sich ausgeschalten jetzt gucken wir einfach mal wie sich hier diese schnell wechselplatte mit einem schweren gerät was haben wir hier ich habe meine waage mal hingestellt weil ich es nicht auswendig weiß wir haben hier ja 793 gramm die nikon 5100 das ist natürlich schon ein klotz gegen so eine systemkamera so eine sony alpha zum beispiel die kommt ja noch nicht mal über ein halbes kilo ja und da sieht man schon wieder hier diese schnell wechselplatte also man lässt sie besser dran ansonsten muss man sich hier ein euro stück oder auch ein zwei euro stück oder ein cent oder sonst irgendwas oder ein tool damit man das richtig schön dran macht aber wenn sie denn mal sitzt kann man die auch nicht großartig bewegen und dann macht man hier wieder den schnapper auf seitlich rein runter ja und was soll ich sagen da hat man hier jetzt auch ein ordentliches stativ selbst wenn ich das jetzt hier fest knalle da habe ich auch keine angst wenn ich hier dran drehe dass das kaputt geht und man sieht hier das ist das ist für mich also stabil also wer hier schreibt das würde keine kamera halten wenn man jetzt eine spiegellose systemkamera hat hat man ja weitaus weniger gewicht aber man kommt jetzt auch hier mit dieser nikon richtig gut zurecht natürlich wenn man jetzt hier komplett alles ausfährt ist es jetzt nicht zu vergleichen mit einem richtig schweren alustativ also leicht in der in der in dem in dem packmaß aber halt von der stabilität so ein schweres stativ das kann man nicht vergleichen aber für unterwegs hier mal schnell in den bach gestellt eine langzeitbelichtung absolut möglich auch eine videoaufnahme und das schöne ist halt ich habe es auch in tischhöhe und jetzt überlegt es steht hier auf meinem tisch und dann kann man auch hier einfach ein video abfilmen also für das kann ich wirklich sagen bin ich begeistert von diesem roll die tasche macht noch mal hier einen richtigen reißer dazu finde ich klasse also bei dem kampfpreis ich habe gesehen bei amazon ist es so dauerhaft so für 19 95 aber selbst für 20 euro finde ich das stativ preis leistungstechnisch in einer in einer guten kategorie weil halt einfach das zubehör da ist und die qualität stimmt ja mehr kann ich und möchte ich zu dem stativ hier nicht sagen ich bin begeistert benutzt es auch sehr gerne und ich packe den link mal unten rein guckt einfach mal was momentan der preis ist und dann würde ich mich über einen daumen hoch freuen konstruktive kritik immer unten in die kommentare rein wenn ihr irgendwas wissen möchtet oder vielleicht auch andere erfahrungen mit dem stativ gemacht habt lese ich mir durch versucht zeitnah zu antworten ich freue mich über neue abonnenten wir haben jetzt gemeinsam die 2000 geknackt seit ungefähr 1 2 wochen da freue ich mich auch richtig und ich habe auch nichts dagegen wenn die community weiter wächst ja dann bedanke ich mich fürs zuschauen und sagt bis zum nächsten mal hier auf kais kanal